Ein Buchlayout entsteht, gleiche Abstände zum Rand. In meinem neuen Video geht es um das Erstellen eines einheitlichen Buchlayouts. Dabei sollen alle Inhalte mit den gleichen Abständen zum Rand angeordnet werden, und das auf allen Seiten im CW-Fotobuch. Wie du das am schnellsten einrichten kannst, zeige ich dir jetzt. Öffne zuerst ein neues leeres Buch und wähle bei den Gestaltungsvorlagen leere Seiten aus. Ich habe mich für ein quadratisches Buch entschieden. Im geöffneten Programm der CW-Fotowelt-Software findest du oben in deiner Ansicht die Optionen. Klicke und wähle Einstellungen Editor aus. Im geöffneten Fenster wählst du Fotos und Cliparts automatisch positionieren. Stelle hier ja Fotos am Rand einfangen ein. Nun klickst du unten in deiner Seitenauswahl auf die leere Seite 2 und 3. Jetzt werden zwei leere Platzhalter eingefügt, die gleich groß sind. Dazu klickst du oben auf das Werkzeug Neues Foto. Nun wird die Größe des Fotoplatzhalters eingestellt, die bestimmt den Abstand zum Rand. Sollen alle Inhalte 2 cm vom Rand angeordnet werden, wählst du die Größe 2 x 2 cm aus. Am besten stellst du diese Größe mit dem Werkzeug ein. Öffne den Bereich Anordnen rechts oben. Über Objektgröße kannst du hier genau arbeiten. Nachdem du die Größe eingestellt hast, klickst du erneut auf Neues Foto. Der neue Fotoplatzhalter hat gleich die eben eingestellte Größe. Abschließend werden die beiden leeren Platzhalter in die Ecken deiner Seiten gezogen. Einmal links oben und einmal rechts unten. Beide liegen jetzt exakt genau auf deiner Seite. Mit der Funktion Duplizieren auf alle nächsten leeren Seiten überträgst du dann dieses Layout. In der Seitenauswahl rechtsklick auf die Seite 2 und 3 wählst du Doppelseite auf alle folgenden leeren Seiten duplizieren und fertig. Bevor du jetzt mit deiner Gestaltung beginnst, aktivierst du die magnetischen Hilfslinien. Die findest du im Bereich Anordnen oben rechts. Füge nun deine Fotos ein und platziere sie. Dadurch werden beim Verschieben der Objekte die Linien senkrecht und waagerecht angezeigt und die Objekte eingefangen. Tipp! Zur Seitengestaltung kannst du gern die Einstellungen Foto am Rand einfangen wieder ausstellen. Optionen, Einstellungen, Editor. Und die leeren Platzhalter in den Ecken deiner Seiten müssen auch nicht gelöscht werden, denn was keine Inhalte hat, wird später auch nicht gedruckt. So einfach erstellst du dir dein eigenes Buchlayout. Schöne 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 Schöne